Bevor ich beginne, möchte ich noch Zeugnis geben. Und ich müsste dafür ein bisschen ausnehmen, also ein bisschen länger zurückgehen. Ungefähr so vor fünf, sechs Jahren, ich glaube sechs Jahre schon. Ich habe gearbeitet als Buchhalterin. Und meine Mama war bei mir zu Hause. Und ich habe mich so gekümmert. Aber ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Ich kam oft spät nach Hause. Und sie war gar nicht zufrieden damit. Und sie hat gesagt, das ist nicht gut, du bist so viel weg, ich bin so viel allein. Naja, was willst du machen? Du musst ja arbeiten gehen. Und irgendwie kam aber auf mein Herz. Das ist nicht in Ordnung. Ich kann nicht Mama so lange allein lassen. Ich habe erst gedacht, das ist in meinem Kopf. Weil arbeiten gehen muss man ja, und die Bibel sagt auch, arbeiten gehen. Und die Bibel sagt, dass wir müssen arbeiten, arbeiten müssen. Deswegen war irgendwie keine Frage. Поэтому wnie вопрос, nie было вопросов. Schlimmer noch war. Но ужаснее было еще то, nach dem Tod von meinem Mann, что после того, wie mein Mann, war niemand mehr, der sich um meine Schwiegereltern gekümmert hat. Und ich habe gearbeitet. Und hatte Mama zu Hause. Hat mich in eine Gemeinde investiert. Wann noch zu den Schwiegereltern fahren? Das war so in meinem Herzen. Und immer stärker wurde das, du sollst das nicht tun. So viel arbeiten und dich nicht um die Menschen kümmern. Aber so einfach gibt man seinen Job nicht auf. Da muss man sich schon ganz sicher sein. Und ich habe hin und her überlegt. Ganz viel gebetet. Ganz viel gebetet. Und zu meinem Entsetzen sind das verging mehr als ein Jahr. Sind meine Schwiegereltern in der Zwischenzeit gestorben. Und ich habe mir große Vorwürfe gemacht, dass ich nicht mehr Zeit für sie hatte. Einmal im Monat, höchstens zweimal habe ich sie besucht. Und irgendwann habe ich so mit Gott gesagt, wenn du jetzt nichts dagegen unternimmst, wenn ich jetzt von dir nichts anderes mehr höre, dann werde ich kündigen. Aber du musst mich versorgen. Aber du musst mich über mich. Weil es ist ja schon ohne. Ohne was. Ein bisschen Wittwenrente davon kann man nicht leben. Niemalsch waldeskei, wenn du nicht mehr waldeskriegst, Ich habe das dann gemacht. Ich habe das dann gemacht. Ich habe das dann gemacht. Und tatsächlich Gott hat versorgt. Und tatsächlich Gott hat versorgt. Wirklich versorgt. Dействительно, Gott zаботился mir. Ich habe nichts vermisst. Mir nichts nicht доставало. Irgendwie ist alles immer, hat alles funktioniert. Und wenn dann irgendetwas Not war, habe ich immer bekommen. Sogar in Urlaub sind wir weitergefahren. Das war wirklich ein Wunder. Aber jetzt seit einer Zeit, hatte ich wieder auf dem Herz, zu arbeiten. Aber es sollte sein, dass es auch passt. Ich wollte nicht mehr von der Arbeit abhängig sein. Ich wollte mich um die Menschen trotzdem kümmern. Ich wollte mich für die Gemeinde weiter engagieren. Ich wollte mich für die Gemeinde weiter engagieren. Und ich habe wieder lange gebetet. Und ich habe wieder lange gebetet. Letztes Jahr habe ich einen Teilzeitjob angeboten bekommen. Es hat nicht so in mein Gebet reingepasst. Aber ich habe gedacht, nimm trotzdem an. Ich habe zwei Monate gearbeitet, dann kam Corona. Ich habe das Geld auch für die zwei Monate nicht bekommen. Also war auf keinen Fall von Gott. Короче, das war nicht von Gott. Aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die solche Erfahrungen macht. Aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die solche Erfahrungen macht. Dass man für was betet, und es ist nicht Gott. Und dann habe ich betet, Gott, ich möchte arbeiten, aber ich möchte nur, wenn du das möchtest. Und ich möchte nur das bekommen, was du wirklich willst. Wenn es nicht von dir ist, will ich es nicht haben. Ich will gerne zu Fuß zur Arbeit gehen können. Ich will nicht Vollzeit arbeiten. Und es muss Lösungen geben für meine Mama. Ich will sie nicht so lange alleine lassen. Und was war noch? Was habe ich noch gebetet? Dass ich Zeit für die Gemeinde habe. Und Familie. Und Familie. Und Sammy. Also mein Enkelkind. Der kommt jetzt in die Schule. Dann ist es wichtig, dass nachmittags jemand zu Hause ist. Das sind schon ganz schön viele Bedingungen. Stimmt's? Das sind schon ganz schön viele Bedingungen. Das sind schon ganz schön viele Bedingungen. Und wisst ihr was? Und wisst ihr was? Gott hat ja gesagt. Jetzt habe ich eine Arbeit. Ich kann zu Fuß hingehen. Es ist kein Problem. Bez Problem. Ich gehe Pech. Kein Problem mit Samuel. Mit meinem Enkel. Und mit Samuel. Alles gut. Nichts Problems. Weil ich die gleiche Arbeit mache wie meine Schwiegertochter. Und es muss nur einer da sitzen. Also hat einer von uns immer frei. Vor ein paar Monaten kam meine Mutter. Hat gesagt, dass sie zu meinem Bruder zieht. Der baut gerade ein neues Haus. Und hat eine Wohnung für sie unten auf Erdgeschoss geplant. Vollkommen behindertengerecht. Also ist sie auch versorgt. Und obendrauf ist, ich habe schon lange ein Herz für alte Menschen. Und ich bin jetzt in einem alten Heim. Aber nicht nur Heim. Sondern auch Wohnungen sind dort. Also Leute, die nicht gepflegt werden. Leute, die nicht gepflegt werden. Sondern die nur dort wohnen, ihre eigene Wohnung haben. Und die nur dort wohnen, ihre eigene Wohnung haben. Und dann aber wissen, es ist immer jemand im Haus, wenn was ist. Aber sie wissen, dass immer jemand im Haus ist, wenn etwas ist. Mir gefällt die Arbeit wunderbar. Das ist wirklich super. Das ist eine sehr славliche Arbeit. Es ist schön, einen Unterschied zu machen im Leben dieser Menschen. Wisst ihr, die Menschen, die dort hinkommen, für die allermeisten ist es Endstation. Und da können wir als Menschen Unterschied machen. Dass sie sich wohlfühlen. Dass sie sich umsorgt fühlen. Dass sie sich angenommen fühlen. Dass sie sich angenommen fühlen. Und nicht nur jemand Geschäfte mit ihnen macht. Das gefällt mir sehr. Ich habe schon viele gute Gespräche gehabt. Ich konnte Zeugnis geben von Gott. Ich konnte mich mit den Menschen darüber unterhalten. Und sogar mit der Chefin. Sie hat ihre eigene Gerechtigkeit. Aber ich bin dankbar, dass ich mit ihr darüber reden kann. Und wisst ihr was? Wenn Gott was gibt, dann gibt er noch ein Sahnehäubchen obendrauf. Und er hat einen festen Vertrag, einen unbefristeten Vertrag bekommen. ein Kontrakt. Ein постоянer Kontrakt. Und arbeitet. Und ich bin erstaunt, wie gut er arbeitet. Und war jetzt erste Woche da. Und war vom dritten Tag an abends alleine. Und hat alles alleine gemacht. Und seit drittem Tag er war, er war, er war, er war, er war, er ist alles wunderbar. Und darüber wollte ich Zeugnis geben. Und darüber wollte ich Zeugnis geben. Dass Gott Wunder tut. Dass Gott Wunder tut. Amen. Ich hatte heute was geplant. Ich hatte heute was geplant, zu prämen. War was aus Nehemiah. Hat mich sehr gefesselt. Und dann hat mich heute Morgen um fünf Ich würde sagen, Gott geweckt. Es waren noch keine fünf. Und dann wusste ich, ich muss was ganz anderes sagen. Ich hatte diese Woche ein Erlebnis. Ich hatte euch erzählt, dass bei uns Flutopfer auch untergebracht sind. Bis letzte Woche war es nur eine Frau. Ihr habt fleißig Kleider gesammelt für sie. Dankeschön. Leider hat sie sich, glaube ich, nur zwei oder drei Teile rausgesucht. Und sonst hat sie alles gelassen. Auch mit ihr habe ich über Gott sprechen können. Ich habe mit ihr reden können. Sie hat gesagt, ich kann gar nicht beten. Ich habe gesagt, dass alles, was ich Gott sage, ist ein Gebet. Und ich habe sie ermutigt, mit Gott so zu sprechen, wie sie mit ihrer besten Freundin reden würde. Wenn sie Angst hat, soll sie sagen, wenn sie ermutigt ist, sie hat gesagt, alle sagen, ich soll froh sein, dass ich noch lebe. Aber ich bin nicht froh. Lieber wäre ich gestorben. Lutsche, wenn ich umgekehrt. Also es ist, als ob sie innerlich gestorben ist. Es ist so, als ob sie innerlich gestorben ist. Man muss dazu sagen, vor einem halben Jahr ist ihr Mann gestorben. Also es ist doppelte Katastrophe. Alles verloren, alles. Und jetzt hat sie gesagt, dass sie alles verloren hat. Alles, alles. Kein Mann, der ihr hilft, keine Kinder. Keine Verwandten. Sie steht ganz allein. Das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich schwierig. Und dann nach all diesen Gesprächen auch über Gott. Und dann kommt sie dann am Montag. Ich war fast schockiert. Ich war fast schockiert. Und dann fragt sie, ob ich jemanden kenne, der Karten legen kann. Sie möchte die Zukunft wissen. 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 Oh wei. Ich war in schockiert. Und irgendwie bin ich dann hingegangen und habe ihr ein neues Testament geschenkt. Ich habe so nachgedacht. Wir wissen doch, was die Zukunft bringt. Wir wissen doch, was die Zukunft bringt. Es steht doch alles hier. Es ist alles hier. Es ist alles in der Biblii. Erinnert. Und сегодня утром Бог mir это напомнил. Es war so, als ob Gott sagen wollte, es war so, als ob Gott gesagt wollte, sag allen, was die Zukunft bringt. Скажи всем, was die Zukunft bringt. Ich weiß, dass alles, was ich heute sagen werde, kennt ihr alles. Das ist kein Problem. Ich freue mich, dass ihr jung und hier dabei seid. Ich freue mich, dass ihr hier mal hier seid. Denn ich weiß nicht, ob ihr schon alles so kennt. Natürlich können wir auch nicht über alles reden, was die Zukunft bringt. Unser Pastor hat das mal gemacht. Wer da nachhören will, das ist eine Serie, ich glaube, mehr als zehn Predigten. Kann ich doch nicht in einer Predigt bringen. Und habe ich auch nicht vor. mir geht es nur um das Grundsätzliche. Und ich möchte auch nicht viel von mir selber reden. Ich möchte gerne aus dem Wort Gottes vorlesen. und es wird heute so eher eine Vorlesung. eine Vorlesung. Ich möchte jetzt weniger Predigt. Mеньше Propovide. Und deshalb fangen wir an mit Matthäus 24, Matthäus 24, Wer sich ein bisschen auskennt. Wer sich ein bisschen auskennt, wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, der weiß, das ist die Endzeitrede von Jesus. Das ist die Endzeitrede von Jesus. Wir fangen an mit Vers. Wir начнем. Mein Gott, ist das hier kleingeschrieben. Mach dir mal ran, Matthäus 24. Matthäus 24 ist an. Okay. 24. Wir fangen an bei Vers 3. 3. Als er aber auf dem Ölberge saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen, sage uns, wann wird dieses sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Lass mal. Когда же он сидел на Горе Леонской, то приступили к нему ученики наедине und спросили, скажи нам, когда это будет und какой признак твоего пришествия и кончинного века? Jesus сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не предstил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос и многих прелестят. Jesus hatte seinen Jüngern oder überhaupt allen erzählt, Jesus здесь всем рассказал и своим ученикам и другим, dass irgendwann Jerusalem nicht mehr sein wird, dass die Stadt komplett vernichtet wird, beziehungsweise der Tempel, что Храм будет уничтожен und da waren sie entsetzt. и они были в ужасе. Dieser прachtvolle Tempel, этот славный Храм, der soll zerstört werden. Этот величественный Храм должен быть разрушен und in ihren Köpfen war, das kann ja nur die Endzeit sein. И у них в голове было так, но это наверное кончинного века. Wir wissen heute, dass das nicht so war. Мы знаем, что это не так было. 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden, но мы знаем, что 70 лет после того, как Иисус ушел или 70 лет позже, Храм был разрушен где-то в 70 годах после Христа. Но Кончина в этом еще не было. Но ученики знали только старый Завет и Пророков и они всегда связывали Суд и Кончину века и это было вместе с восстановлением нового Царства. Они не знали, что Пророки говорили о разных ситуациях, разных происшествиях. Dann lasst uns weiter lesen. Давайте прочитаем дальше. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Also hörte über войnen und war Und dann werden viele geärgert werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und wegen des Überhands der Gesetzlosigkeit wird die Liebe in vielen erkalten. Und wegen des Überhands der Gesetzlosigkeit wird die Liebe in vielen erkalten. Diese Dinge... Moment, noch mal zurück. Das überlesen wir immer gerne. Dann werden sie euch in den Drangsal überliefern und euch töten. Und hier unten in Vers 10. Und dann werden viele geärgert werden und werden einander überliefern und einander hassen. Diese Zeiten werden kommen. Es steht geschrieben. Wir werden verfolgt. Ob wir es alle erleben, weiß ich gar nicht. Weil ich nicht weiß, ob die Entrückung vor dieser Verfolgung wird oder erst später sein wird. Oder später. Zumindest werden wir die Anfänge der Verfolgung erleben. Und hier steht geschrieben. Und hier steht. Aber es ist erst der Anfang der Verfolgung. Wo haben wir das? Das ist das Anfang der Verfolgung. Da. Genau. Alles dies aber ist der Anfang der Verfolgung. Das ist das Anfang der Verfolgung. Alle Frauen kennen Verfolgung. Oder alle Frauen, die Kinder geboren haben. Alle Frauen, die Kinder geboren haben. Ich glaube, hier gibt es keine, die keine Kinder haben. Ich glaube, hier gibt es keine, die keine Kinder haben. Wir wissen, was es bedeutet. Wir wissen, was es bedeutet. Es sind Schmerzen. Es sind Schmerzen. Schmerzen, die ansteigen. Bole, die увеличивается. Und wieder abflauen. Und wieder abflauen. Und dann ist eine Zeit lang Ruhe. Und dann steigt es wieder an. Und dann steigt es wieder an. Und flaut wieder ab. Und mit jedem Mal wird es gewöhnlich mehr. Ich kann mich noch erinnern. Als ich mein erstes Kind geboren habe. Ich muss gestehen, ich habe mir gar nicht viel Sorgen darum gemacht. Ich habe gedacht, das haben alle Frauen überlebt. Dann werde ich das auch überleben. Aber es hat mich dann ziemlich umgehauen. Und dann habe ich gedacht, das passiert ja nicht nochmal. Und beim zweiten Mal habe ich mich besser vorbereitet. Und der Schlüssel der Vorbereitung war, desto schlimmer es ist, denk immer dran, desto schlimmer es ist, desto näher bist du dem Baby. Und das zweite Mal war es, dann überhaupt kein Problem mehr. Und das zweite Mal war es, dann überhaupt kein Problem mehr. Immer in meinem Kopf gehabt. Ich habe immer in meinem Kopf gehabt. Egal wie schlimm es gerade war. Все равно, wie ужасно es jetzt war. Jetzt kommt bald. Jetzt kommt bald. Jetzt kommt bald. Сейчас будет это время. Und ich habe mich gefreut. Und ich konnte wirklich lächeln. Und ich konnte wirklich lächeln. Das war so ein Unterschied. Und deshalb gefällt mir so, wenn Jesus diese Endzeitsachen als Wehen bezeichnet. Und wir müssen lernen, desto schlimmer die Zeiten werden, desto größer die Katastrophen werden. Und Jesus spricht hier von Katastrophen. Und wir haben schon viele jetzt in der letzten Zeit erlebt. Und wir haben schon viele in der letzten Zeit erlebt. Auch hier bei uns in nächster Umgebung. Und hier in der nächsten Umgebung. Desto schlimmer sie werden, desto näher ist die Wiederkunft Jesus. тем ближе пришествие Иисуса. In Luthor sagt er, wenn ihr all diese Dinge seht, wenn ihr all das hört, dann erhebt eure Häupte, dann поднимите вашу голову, denn der Herr ist nah. Denn wir gleich auch wieder lesen. Alles dies aber ist der Anfang der Welt. Aber das ist der Anfang der болезни, der Anfang der Erdbewegung. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wer ausharrt bis ans Ende. Das zeigt uns, dass wir versucht sind, oder versucht sein werden, aufzugeben. Es wird schwierig werden. Und wir wollen aufgeben. Wir werden müde sein. Wir wollen nicht mehr kämpfen. Und es wird wirklich, wirklich schwierig. Aber wer ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Gott sei Dank für Jesus. Denn er sagt, er wird die Zeit verkürzen. um derer Willen, die errettet werden. Rade тех, die спасen. Ich möchte jetzt weitermachen. Ich möchte jetzt weitermachen. Im Prinzip das gleiche in Lukas. Lukas 21. Lukas 21. Lukas 21. hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht alsbald. Dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich. Und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten, und Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Weiter. Vor diesem Alm aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern. um euch vor Könige und Stadthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen, setzt es nun fest in euren Herzen, nicht woher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Andere Übersetzung sagt, denkt nicht darüber nach, was ihr dann sagen sollt, wenn ihr gefangen werdet. Wir brauchen uns nicht etwas im Voraus auszudenken, was wir ihnen antworten. weiter. Weiter. Dальше. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, welche alle eure Widersacher nicht werden widersprechen können oder widerstehen können. Das bedeutet, Jesus selbst, sein Heiliger Geist, wird uns die Antworten geben. Und zwar solche Antworten, wie wir sie selber nie hätten ausdenken können, ich denke, es wird so sein, wie bei Jesus oft, wie oft haben sie ihn versucht, wie oft haben sie ihn versucht, und haben ihm solche Fragen gestellt, wo sie gedacht haben, jetzt kann er nur falsch antworten. Und sie stellen ihm solche слова, чтобы ihn nicht mehr aber nicht mehr zu lösen. Aber sie думали, dass er jetzt nicht mehr kann, als sie die Frau gebracht haben, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Er hat gar nicht mit ihnen diskutiert. Er hat auch nicht gefragt, wo ist denn der Mann. Er hat nur gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Darauf konnten sie nichts antworten. Und genauso war es, als sie ihn nach den Steuern gefragt haben. Da hatten sie auch nicht mit dieser Antwort gerechnet. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und Gott, was Gott ist. Egal, wie sie ihn verführen wollten. Er hatte die richtige Antwort. Und so wird es mit uns auch sein. Wenn wir nah mit Gott sind, werden wir die richtigen Antworten haben. Er verspricht es uns hier. Er verspricht es uns hier. Weiter. In dem die Menschen verschmachten vor Vorstellung der Wachtung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und erhebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Hier ist mir eins aufgefallen. Nicht nur die Christen sind in Furcht, sondern alle Menschen. Sie haben Angst, was da noch kommt. Die Christen werden verfolgt. Sie haben deshalb Angst. Aber die anderen spüren, da kommt noch was. Sie haben Angst. Sie haben Angst. Sie fürchten sich vor dem, was noch kommt. Und wir brauchen uns nicht fürchten. Und wir brauchen uns nicht fürchten. Aber wir müssen uns vorbereiten. Aber wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen wissen, da kommt was. Что-то придет. Und immer dran denken. Und immer dran denken. Desto weiter es geht, desto schlimmer es wird, desto näher ist unser Herr. Und desto näher ist unsere Zusammenkunft mit ihm. Und näher ist unsere Zusammenkunft mit ihm. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wachet nun zu aller Zeit betend, auf das ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohne des Menschen zu stehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei, Trunkenheit und Lebenssorgen. Ich glaube, dass bei uns die Lebenssorgen überwiegen. Wir glauben immer, dass wir für alles sorgen müssen. Wir glauben immer, dass wir für alles sorgen müssen. So war das auch bei mir mit der Arbeit. Heute arbeite ich ganz anders, wie früher. Ich genieße, dass ich jetzt Geld verdiene, aber ich bin überhaupt nicht mehr abhängig. Ich weiß, dass der Herr sorgt. Und ich weiß, dass ich dort, wo ich jetzt bin, eine Aufgabe habe. Und sie hat nur die angenehme Nebenwirkung, dass am Ende des Monats was auf Konto kommt. Meine Aufgabe von Gott dort ist eine ganz andere. Und natürlich muss ich auch meiner Aufgabe als Arbeitnehmer gerecht werden. Die Lebenssorgen halten uns davon ab, uns angemessen vorzubereiten. Und hier steht, damit jener Tag nicht plötzlich über euch hereinpricht. Das heißt, wenn wir so sorgen und sorgen und sorgen, dann wird das ganz plötzlich kommen für uns. In Matthäus ist geschrieben, es wird sein wie in den Tag Noa. Sie haben alles gemacht, ganz normal. Sie haben gearbeitet. Sie haben Geld ausgegeben. Sie haben Geld ausgegeben. Sie haben geheiratet. Sie haben alles weiter gemacht, ganz normal. Noa hat 100 Jahre in dieser Arsche gebaut. Und sie sind 100 Jahre nicht auf die Idee gekommen, dass sie was ändern müssen. dass sie was ändern in ihrer жизни selbst als die Tiere schon anfingen in die Arsche hineinzugehen. Даже тогда, als Zweri und животные начали заходить in den Kovcheg hat irgendwie keiner gedacht, dass da was kommt. Как-то никто nicht подумал, dass etwas passiert. Und Jesus sagt, es wird in diesen Zeiten so sein wie in den Tagen Noas. Jesus sagt, dass es in diesem Zeitpunkt wird auch wie in den Tagen Noas auf jeden Fall wird die Welt komplett überrascht sein. Für sie wird es völlig überraschend kommen. Sie werden entsetzt sein, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht genauso überrascht werden, dass wir uns nicht ausfüllen mit Lebenssorgen und all die Dinge, die unser Leben hier so angenehm machen. Wacht nun zu aller Zeit betend, auf dass ihr würdig geachtet werden, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen. Für mich ist das hier so ein klein bisschen ein Hinweis darauf, dass Jesus uns vorher holt, dass wir entfliehen vor alledien bestimmt nicht vor komplett allem, aber doch vor vielem, zu entfliehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt haben wir hier aber jetzt haben wir viel Schlimmes gehört, wissen, dass wir in diesem Schlimmen ausharren müssen Schlimmen dass wir ausharren sollen, dass wir mutig sein sollen, dass wir nicht verzweifeln sollen, dass unsere Rettung naht, aber was ist wirklich das Ende? und das ist wunderbar und das möchte ich einfach nur vorlesen und ich bitte euch, stellt euch das wirklich vor es ist das, was uns versprochen wird, das, worauf wir leben, das, wofür sich alles lohnt, wir lesen ganze Offenbarung 21, und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen und redete mit mir und sprach und er sagte mir, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommend aus dem Himmel von Gott und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Licht kam zwar gleich einem kostbaren Edelstein wie ein Kristall heller Jaspisstein und sie hatte eine große hohe Mauer und hatte zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben welche die der zwölf Stämme der Söhne Israels sind nach nach Osten drei Tore nach Norden drei Tore nach Süden drei Tore und nach Westen drei Tore und die und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundlagen und auf denselben zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes und der mit mir redete hatte ein maß ein goldenes Rohr auf das er die Stadt messe und ihre Tore und ihre Mauern und die Stadt liegt vier und ihre Länge ist zu groß wie die Breite und der Maß die Stadt mit dem Rohr 12000 Stadien die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich 12000 Stadien sind ungefähr 2200 Kilometer das müssen wir uns vorstellen was für ein 2200 Kilometer ich habe das mal auf der Europakarte geschaut das ist von Griechenland bis Finnland bis rüber ins Meer bis runter nach Spanien eine einzige Stadt und wir können uns das vorstellen noch es ist riesig aber wir können uns das vorstellen als Fläche aber stellt euch vor die Höhe ist genauso und da hört unser Verstand auf und da hört Verstand auf wir können uns das nicht vorstellen wie das geht 2200 Kilometer der höchste Berg der Erde ist 8 Kilometer hoch 8 Kilometer 8 Kilometer das werden 2200 sein und es wird noch besser und er maß ihre Mauer 144 Ellen eines Menschen maß das ist das des Engels und der Bau ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold gleich reinem Glase die ganze Stadt ist aus Gold unsere Stadt ist aus Gold unser Zuhause ist aus Gold gebaut auf Edelsteinen die Grundlagen kann man auch sagen die Fundamente der Mauer der Stadt waren geschmückt mit jedem Edelstein die erste Grundlage Jaspis die zweite Japhir die dritte Chalcedon die vierte Smaragd die fünfte Sardonyx Nächste die sechste Sardis die siebte Chrysolit die achte Beril die neunte Topaz die zehnte Chrysopass die elfte Hyazinth die zwölfte Amethyst und die zwölf Tore waren zwölf Perlen je eines der Tore war aus einer Perle und die Straße der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas und ich sah keinen Tempel in ihr denn der Herr Gott der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm Agnez ich glaube wir können uns gar nicht vorstellen was das hier alles bedeutet hier sind die edelsten Edelsteine aufgeführt die es überhaupt gibt die in unserer Welt wirklich selten sind und ein Vermögen kosten wirklich ein Vermögen kosten wenn es euch Spaß macht ihr Jugendlichen ermutigen euch dass ihr das mal macht посмотрите ich habe das mal gemacht mir vorgestellt wie das ist und dann so ein Computerbild davon gemacht wie das dann aussieht Wahnsinn absoluter Wahnsinn man kann überhaupt nicht berechnen was das nach unserem Wert kosten würde das ist alles für uns alles für uns es gehört uns wir sind die Bewohner dieser Stadt für uns hat Jesus das gemacht ich hatte ganz lange Probleme damit ich hatte das so in meinem Kopf was für eine Verschwendung ich bin nicht so jemand der irgendwelche Dinge kauft die keinen Sinn haben ihr seht bei mir kein Schmuck ich habe keinen Ring aber jetzt nicht ich habe ein Kreuz was ich aber auch kaum trage und das ist alles ich habe sonst nichts und schon ist es nicht und als ich das gelesen habe habe ich mir gedacht was für eine Verschwendung aber wisst ihr was das ist unser Gott das ist unser Gott er ist ein verschwenderischer Gott wenn es um seine Kinder geht und ich kann mich immer mehr mit dem Gedanken anfreunden wir werden gehen und tanzen auf goldenen Straßen haben tanzen auf goldenen Straßen unvorstellbar mir gefällt das so Tore die aus Perlen sind eine einzige Perle riesig wie ein Tor unsere Perlen sind so klein und wir denken schon Gott weiß was sie wert sind Perlen wie Tore unvorstellbar und wozu die bleiben sowieso immer auf sie werden nicht geschlossen hätte man gar nicht gebraucht verschwendung oder aber nicht bei unserem Gott lass uns weiter lesen und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes auf das sie ihr scheinen denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm und die Nationen werden durch ihr Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr und ihre Tore sollen bei Tage nicht geschlossen werden denn Nacht wird nicht selbst sein und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen Und zu all dem Überfluss den Gott schon gemacht hat für uns kommen dann auch noch die Nationen und bringen alles wertvolle und alle Herrlichkeit auch noch zusätzlich Das ist doch Hammer Es wird doch gar nicht gebraucht Es ist doch schon herrlich ohne Ende Aber das ist eine Art von Eherbietung Sie bringen ihre Schätze dem Gott und der Braut Denn diese Stadt ist für die Braut weiter weiter und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeindes und was Gräuel und Lüge tut sondern nur die geschrieben sind in dem Buch des Lebens des Lammes Lebens geschrieben ist dass dein Name im Buch steht und ich möchte das besonders auch unseren jungen Leuten hier sagen Stellt sicher dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben ist Seid sicher dass Jesus euer Herr ist Denn am Ende der Zeit gibt es nur noch zwei Kategorien von Menschen die im Buch des Lebens geschrieben sind und die da nicht drin stehen nichts anderes wird mehr eine Rolle spielen nichts anderes wird mehr sein es geht nicht um Nationen es geht nicht um Kirchen es geht nicht um Denomination Es geht noch nicht mal darum ob wir getauft sind oder nicht die Taufe ist wichtig und wie Eduard eben gesagt hat es wird bei Taufe geben aber wenn du dich nicht mit ganzem Herzen zu Jesus bekehrst dann nützt dir auch die Taufe nichts deshalb ist die Kindertaufe nichts wert es ist ein Segen es ist ein Segen Jesus hat die Kinder gesegnet das ist richtig aber entscheiden muss sich jeder selbst und die Taufe ersetzt nicht die Entscheidung für Jesus erst kommt der Glaube dann kommt die Amen 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 Aber es ist noch gut es kommt noch was noch noch ich will euch keine Angst machen weil wie wollen wir denn wissen ob wir wirklich zu Brot gehören und Gott sei Dank wie alles andere finden wir auch das im Wort das lesen wir im Epheserbrief Epheser 25 es scheint hier darum zu gehen wie wir uns verhalten müssen Männer Frauen Kinder vieles sagt es geht um die Unterordnung der Frau unter den Mann aber das Wort sagt uns hier viel mehr ihr Männer liebt eure Weiber gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat auf das er sie heiligte sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort auf das er die Versammlung ich setze mal hier Gemeinde ein auf das er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte die nicht Flecken oder Runzel oder etwas der gleichen habe sondern dass sie heilig und tadellos sei aber dass sie sie und nicht verraten in meiner Übersetzung steht die habe ich jetzt nicht hier dass Jesus die braut bereitet er bereitet sich eine braut ohne Flecken und runzel und das geschieht durch das waschen in seinem Wort unser Leben Jesus geben das ist der Anfang und dann müssen wir bereit sein uns reinigen zu lassen befreit von aller schuld wenn wir mit Jesus sind hat er die strafe getragen die wir hätten tragen müssen aber dann beginnt es und es beginnt ein herrlicher Weg und solange wir leben auf dieser Erde leben nimmt es kein Ende das waschen in seinem Wort deshalb ist es auch so wichtig dass wir im Wort bleiben dass wir die Versammlung nicht verlassen damit wir das Wort immer wieder bekommen und auch ausgelegt bekommen die Gemeinde ist auf dem Herzen Gottes das was kommt werden wir außerhalb der Gemeinde bin ich davon überzeugt nicht aushalten können aber in der Gemeinde zusammen gemeinsam werden wir es schaffen Jesus wird es mit uns schaffen wir haben die Möglichkeit uns gegenseitig zu stützen zu helfen zu ermutigen und immer wieder zu sagen haltet aus der Herr kommt bald ich weiß nicht wie nah es ist ich habe das Gefühl dass es nah ist aber ich weiß es nicht Jesus hat gesagt niemand weiß es aber er hat auch gesagt wenn ihr all dies kommen seht dann seid bereit so wie man weiß dass der Sommer kommt wenn alles draußen anfängt zu blühen so werden wir erkennen dass es nahe ist wenn all die Dinge geschehen und ich glaube dass niemand daran zweifelt dass all diese Dinge am geschehen sind dass diese Dinge jetzt schon beginnen zu passieren und das schlimmer und schlimmer wird vielen Dank lasst uns noch beten Jesus wir danken dir wir danken dir für dein Wort wir danken dir dass du uns die Zukunft offenbart hast wir danken dir dass wir wissen dürfen was auf uns zukommt und dass wir uns vorbereiten dürfen aber wir danken dir mehr als alles andere dass du unser Ziel bist dass wir deine Braut sein dürfen dass du uns bereiten wirst dass wir ohne Flecken und Runzeln dastehen werden danke dir dafür herr wir machen uns wir sagen ja dazu dass du uns bereitest wir sind einverstanden dass du uns verändern willst und wir wollen mit dir zusammen sein wir wollen deine Braut sein eine Braut die dir gefällt und wir danken dir dass du ja zu uns gesagt hast danke dir dafür danke dir für das Amen Amen seid gesignet будьте благоstaffend ну у меня свидetelство есть такое ich habe ein Zeugnis ну вчера погоду увидели какая была погода habt ihr gesehen was wir werte gestern war у вас не было у нас наверное только было Артем знает Артем был у меня Артем war bei uns Артем hat einen interessanten Charakter ему нравится гроза и молния ihm gefällt das Ungewetter Donner und Blitz er geht auf die Balkone und schießt Fotos und das war so ein Gewitter und das war so ein Gewitter alles hier war auch alles gelb ganz Himmel alles konnte man nicht sehen und dann kam zu mir das aufmerksam aufmerksam der Herr zeigt und sagt ich habe Артем gesagt das ist ein wirklicher Spruch in ein Fenster haben zwei Leute geguckt einer hatte Finsternis und Dreck gesehen der Zweite hatte den klaren Himmel gesehen zwei Personen gucken in das gleiche Fenster wir leben in so einer Zeit wohin gucken wir wer was zeigt uns und das tragen wir in unserem Herzen Gott beschreibt uns auf den Himmlischen gucken das ist unsere Wahl was wollen wir kultivieren was werden wir kultivieren oder Geschwärze oder Lästereien oder werden uns rühmende Herrn vielleicht jemand hat Angst jemand macht Fotos ein kurzes Folgendes ihr habt schon gehört bevor ich bekehrt war ich war sehr schlau wenn ich etwas gefühlt oder gespürt habe ich habe das keinem erzählt damit man mir nicht sagt du spürst du verstehst doch vielleicht ein Jahr oder halbes Jahr bevor ich Busse getan habe ich das mal erzählt ich erinnere das nur ich habe einen Traum gesehen und ich dachte das ist die Endzeit ich bin so aufgewacht mit so einem Gefühl dass das Ende kommt wenn ich mich erinnert habe über diesen Traum dann wurde meine Laune schlecht ich habe Menschen gesehen und ich war selber zwischen ihnen ich weiß nicht welche Stadt das war wir alle gehabt panische Angst wir haben etwas fürchterliches erwartet irgendwas sollte geschehen die Menschen wussten nicht wo sie sich verstecken konnten ich war auch gerannt und wollte mich verstecken aber ich konnte keinen Platz finden diese kleinen Brücken die da waren dort waren so viele Menschen unter der Brücke haben sich versteckt in diesen Rohren und überall wir sehen alles blau aber das war alles rosa Farbe und die Atmosphäre war richtig fürchterlich auf dieser Erde und alle haben angefangen zu schreien und auf den Himmel gucken und auf Himmel war die Himmels Armee ganz große Himmels Armee und so bin ich aufgewacht mit diesem Gefühl ich habe das lange niemand erzählt und später als ich mich bekehrt habe Jesus angenommen habe jetzt erzähle ich dieses Zeugnis öfter das ist nicht eine Angst das ist nicht so dass man dich um die Ecke erschreckt ich dachte das was die Biblia erzählt wird auf jeder Seele so eine panische Angst sein die Jesus nicht annehmen Lasst es euch als Zeugnis sein Amen Vor kurzem kamen wir zurück von Urlaub und Gott hat mir ein Ufer des Meeres so ein Bild gezeigt nicht weit von uns war ein Mann mit Frau und Es gibt solche Zelte du schmeißt sie und sie stellen dich selber auf Das Zelt stand und der Mann hat versucht und sie wollten wahrscheinlich nach Hause fahren und der Mann hat versucht das Zelt wieder zurück zu bauen und die Frau saß und hat die Anleitung gelesen Wie kann man sie zurück bauen Er zweimal aufgebaut und so hingeschmissen Sie sitzt und ruhig liest sie und dann hat man gesehen wie er ihr zuhört und dann Schritt für Schritt haben sie das aufgebaut So passiert das oft in unserem Leben wir wollen selber ohne Gott unser Leben aufbauen also lest das Wort das in der Bibel steht ich habe das mit so vergleicht also seid gesegnet gestern gestern habe ich eine überraschung von dem Wetter gehabt gestern war in dem bericht kein Gewitter gemeldet und um 20 Uhr kam so eine schwarze Wolke und ich ging auf dem Balkon Fotos schießen und der Blitz war so schön und hübsch von Himmel bis zur Erde und wir Natascha und ich standen auf dem Balkon und haben das beobachtet Gutes Beispiel die meisten sehen nur auf Angst erst mal und sehen nur auf den fürchterlichen Regen oder Hagel oder was sonst noch kommt aber wenn wir mit anderen Augen schauen hat was wunderbares und das zeigt uns die Allmacht Gottes die Menschen mit all ihren Erfahrungen und Technik sind nicht in der Lage auch nur irgendwas annähernd Starkes und Energetisches zu bauen wie ein einziger Blitz hat mit jedem Blitz zeigt er uns dass er mächtiger ist und das schönste ist wenn dann ein Regenbogen kommt und Gott uns damit sagt ich hab ein Bund mit dir Halleluja Halleluja ein